Ich denke, es ist ein Semifinal. Gewicht weiter hier rüber. Jawohl. Die wollen nur ziehen. Lockiere die Hüfte mit der Hand. Schön. Komm, komm, komm. Jawohl. Hüfte in der Hüfte. Jetzt geht es um den Tor. Einmal auf der anderen Seite. Dann legt den Arm da raus. Schlaf bleiben, schlaf bleiben, schlaf bleiben. Schlaf, schlaf bleiben, schlaf bleiben, schlaf bleiben, schlaf bleiben, schlaf bleiben. Schlaf. Da sind 2 Männer. Der Bein vorbei, rechtes Knie rein. Rechtes Knie, ja. Hüfte runter. Hüfte runter. Schuhe da rein. Raus! Raus! Hüfte runter. Hüfte runter. Hüfte runter. Hüfte runter. Komm ihn jetzt schweißen ordentlich. Also, wie liebt ihr noch? Komm, der Schulte bleibt. Der Schulte. Pass auf, der Schulte. Pass auf, der Schulte. Pass auf! Pass auf jetzt, der Schulte. Hast du schnell werfen? 3,4,6. Du bist einzig da, und der Sieg. Ja, genau. Hüfte runter! Hüfte runter! Hüfte runter! Hüfte, Hüfte, Hüfte! Hüfte, Hüfte! Hüfte, Hüfte! Hüfte, Hüfte! Hüfte, Hüfte! Ja, genau. Applaus Er sagt, er wird das nicht geschehen, oder? Applaus